Bianca Wolt, Firma Clody. Guten Tag, Herr Müller. Und dann kümmere ich mich der Zeit darum, dass Sie da schnellstmöglich eine Rückmeldung kriegen. Wenn das ad hoc sein kann, darf, muss, habe ich das auch immer dabei. Das ist kein Thema. Ja, das regen wir hin. Dann losgehen. Hier, Firma Clody. Hast du denn schon alles abverkauft? Das meiste ja. Sehr schön. Das war eigentlich mal alles voll. Habt ihr die Pakete noch? Ja, die Pakete haben wir noch. Wenn möglich, eine Dusche, eine Wanne, das können wir auch machen mit Style. Und die Style das Gleiche. Ja, gut. Sehr schön, dann haben wir es. Wir nennen das Koje, Ausstellungskoje. Idealerweise hat man eine komplette Anwendung. Also das ist so das Optimum. Also wenn ich einen Kunden in der Ausstellung habe, dass ich sagen kann, ich kann meine Waschtischarmatur zeigen, ich kann die Dusche, Wanne, Brause, alles zeigen. Das ist so das Optimum. Wenn irgendwas ist, ich habe es halt immer wirklich gerne am liebsten den direkten Weg einfach. Auch wenn es eine Reklamation ist, irgendwas. Also immer gerne Bescheid sagen. Am meisten gefällt mir die Firma als solches natürlich. Also ich liebe diese Arbeit als solches, aber ich stehe halt eben natürlich auch voll hinter Clody. Einfach das, was wir machen, wie wir es machen. Die ganze Philosophie, die dahinter steckt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.